also im mund servus malz rocker es ist donnerstag alles ist möglich donnerstag und es fängt heute schon mal damit an dass ich mir hier mal so ein neues plätzchen im haus gesucht habe ich war letzte woche bei st kilian da war ich relativ angetan ja und dann habe ich mir gedacht komm jetzt treibe ich mal auf die spitze ich lasse mich etwas gehen ich lasse mich treiben und schauen wir heute mal den nächsten whisky aus deutschland an wobei whisky aus deutschland ja aber ehrlicherweise das teil hätten so auch in irgendeiner brutzelbude im westkaukasus zusammenbrauen können denn ich habe müssen es geht um den ersten backen whisky das muss ich zugeben da bin ich marketing opfer da gibt es auch keine entschuldigung für wer hier frei von sünde ist wer für den ersten stein und heute geht es mir natürlich weniger darum jetzt wirklich fein säuberlich jede geschmacksnuance da irgendwie rauszuarbeiten heute ist eigentlich nur das entscheidende zu gucken kannst du dir das teil pur reintun oder geht das direkt in die cola schorle und deswegen machen wir auch heute zusammen das komplette erlebnis also vom auspacken zum aufreißen und dann eben auch zum allerersten mal verriechen und verkosten weil wenn man sich den karton anschaut da fällt dann gleich schon mal das erste irgendwie auf sport ernährung naturkost fitness events kleinkunst whisky und gin das klingt jetzt für mich so ein bisschen nach einem undefinierten bauchladen und tatsächlich wenn du auf fesslermill.de ist dann kommst du auf fesslermill.de gehst dann kommst du auch tatsächlich auf die homepage der fesslermühle.de nichtsdestotrotz auch wenn wir der sache da näher kommen da findest du auf dieser homepage erstmal alles also da gibt es eine kleinkunstbühne da gibt es einen kochclub da gibt es sogar tatsächlich ein echtes eigenes fitnessstudio aber irgendwann findet man tatsächlich auch die die sektion auf der homepage wo es dann wirklich um die fesslermill distillery geht und da prangt dann auch mal direkt eine riesenfette jahreszahl drauf 1396 so richtig verstanden habe ich das im anschluss dann nicht weil das ist ein relativ langer fließtext die geschichte ist auch so ein bisschen unstrukturiert erzählt auch so ein bisschen voll mit floskeln unter anderem zum beispiel schon die vorfahren ja die mühle steht da wohl seit über 620 jahren aber das verarbeiten von getreide zu alkohol whisky das geht wohl irgendwie zurück auf den urgroßvater und der war irgendwie im jahr 1870 da schon unterwegs also 1396 bezieht sich eher so ein bisschen auf die mühle und wenn man sich dann irgendwann in den shop vorgekämpft hat wobei wohlgemerkt in den whisky shop weil ich sagte man kriegt dort auch sportlernahrung man kriegt dort haferflocken man kriegt dort alles mögliche wenn man am ende im whisky shop ist dann geht tatsächlich auch so ein bisschen diese diese wilde mixtur ein bisschen weiter du kriegst dort classic whisky american whisky du kriegst dort lady whisky du bekommst einen hafer whisky interessant und eben auch diesen backen whisky und jetzt jetzt packe ich das teil mal mit euch zusammen aus sonst ist da glaube ich nichts drin jawohl hier ist das ding ich halte mal direkt die kamera ja wacken open air 2021 ist ja leider auch ausgefallen faster harder louder fessler mild 1396 metamalt whisky wacken edition bevor ich jetzt noch ein bisschen was aber by the way da steht noch ein bisschen was hinten drauf tschuldigung seit vielen jahren treffen sich wacken ok da geht es aber um wacken unfiltriert gereift die über 420 jahre alten gewölbe keller der kleinen fessler mail 1396 whisky und chin distillerie also das mit dieser 1396 geschichte ja ich weiß schon man versucht sich da ein bisschen anstrich zu geben marketing gebrunseln ist aber nicht schlimm ich reiße bevor ich jetzt was noch zu dem whisky sage den jetzt aber schon mal auf und schenke ihn schon mal ein damit er zumindest ein bisschen die chance hat zu atmen ok also auf der flasche selbst steht jetzt nichts aber auf der homepage habe ich gelesen ist eine recht spannende mischung und zwar wurde das teil nämlich gelagert zum teil oder ein teil davon wurde gelagert in alten schottischen whisky fässern wird nicht näher spezifiziert ein anderer teil wurde im württemberger lemberger fass gereift und ein anderer teil im ex la volk fass wie gesagt zu den schottischen fässern selbst ist jetzt nicht wirklich was raus zu bekommen lemberger wiederum oder eben auch blau fränkisch genannt das ist eigentlich eine rotwein sorte wo die rebe eben bis ins jahr 1750 zurückgeht also richtige so eine richtige klassische sorte eben soll bekannt sein so ein bisschen führen ja dunkel gefärbten gerbstoffreichen tanninenhaltigen wein der durchaus auch mal so ein bisschen in die richtung kirsch und waldbeeren gehen soll wie gesagt ich hab den noch nie probiert ja und zu den ex la volk fässern muss ich glaube ich nicht viel sagen südküste eiler heftig torfig mineralisch und so weiter grundsätzlich natürliche fassfarbe das ist schon mal sehr gut natürlich auch wenn das ist bei deutschen eigentlich in regel so natürlich nicht kühl gefällt hat wobei das jetzt hier gar nicht drauf steht aber auf der homepage stand es drauf 42,6 prozent 0,5 liter es gab zwei erstauflagen jeweils mit 666 flaschen und so eine dritte die jetzt noch irgendwie nachkommen nachkommen soll die hier ist noch eine und das kann man sehr schön daran erkennen kann man sehen ach wenn nicht blende ich nachher im bild ein und zwar ist das eine noch aus der ersten edition wie gesagt ich war auf der laue gelegen da musste ich einfach ran die ist nämlich noch handschriftlich nummeriert so aber jetzt würde ich sagen gehen wir mal ran ja also es ist tatsächlich so dass einem da im allerersten moment so eine richtige ja so eine getreide süße entgegenschlägt so eine ja komme ich komme ich bestimmt gleich noch mal dazu also so eine getreide quietschende getreidige malzige süße ist jetzt im ersten moment noch nicht wahnsinnig unangenehm der alkohol sticht kaum was mich ein bisschen wundert ist dass man von den lafreug fässern relativ wenig mitnimmt im ersten moment weil ich hatte schon in lafreug fässern gelagerte whiskies und selbst wenn dort nur ein kleiner anteil drin ist der lafreug der beißt sich normalerweise relativ straight und relativ schnell seinen weg durch hier im ersten moment wenn ich es nicht wissen würde in der nase ja vielleicht so eine leichte so eine leichte mineralische note extrem ansonsten erst einmal extrem getreidig extrem süß relativ wenig was mich jetzt an einen schottischen single mold beispielsweise erinnern würde positiv ist dass ich im ersten moment auch von dem lemberger relativ wenig habe also das heißt auch dass der wein dominiert hier nicht allzu stark dass du irgendwie jetzt wunderweise was für eine wein note mit dabei hast du hast ein bisschen vanille mit dabei so eine leichte kräuternote da die dann noch mit dabei ist die so ein bisschen in die richtung ja mamas kräutergarten geht ja also jetzt nicht irgendwie kräuter der provence oder so sondern irgendwie wenn du draußen in deinem garten stehst petersilie bisschen erdig aber alles in allem hast du da diese getreidige malzige süße okay also im mund so schlimm ist er jetzt nicht habe mich verschluckt aber also im mund auch der antritt also auch diese diese extreme getreidige süße irgendwo ein stück weit richtig quietschend dann irgendwann fängt es ein bisschen an zu britteln ich vermute es kommt dann tatsächlich auch ein bisschen von diesem lemberger fast das beißt sich dann irgendwie sein weg da rein wird dann relativ scharf relativ bitter auch ein stück weit mit viel glück hast du vielleicht noch ein bisschen ja tatsächlich ein bisschen vielleicht waldbeeren gelee waldbeeren noten aus dem lemberger ein stück weit es wird dann relativ schnell harsch so wirklich harsch beißend ich finde dann auch den alkohol in der entwicklung vergleichsweise präsent für die 42,7 prozent und alles in allem ist es einfach diese ja quietschende süße und auch jung und spritig muss ich zugeben für mich ja bitte alles alles subjektiv das problem bei vielen deutschen brennern ist und wenn ich die bilder bei der fesslermühle gesehen habe es ist dort ähnlich auch und die haben halt eben häufig diese ja diese obstler brennblasen und die erinnern eher an destillationssäulen denn an ja potzdills also schottische brennblasen und in schottland wird ja dann eben auch zweifach oder dreifach gebrannt in wenigen ausnahmen und in deutschland wird eben an stadt also der der nachgeschmack ist das ist unangenehm es ist wirklich kriegt jetzt für mich auch durchaus so eine ja so eine ja einfach so eine unfertige unreife gumminote aber okay wo war ich ja genau in deutschland wird dann eben anstatt ein zweites mal zu brennen oder den feinbrand zu brennen dann eben in diesen destillationsapparaturen da werden in diesen säulen dann solche ja solche böden einfach reingezogen und am ende kriegst du dann eben oben beziehungsweise du kriegst dann eben irgendwann nach dem letzten boden dann deinen spirit und dadurch hat eben allein durch dieses brennverfahren dieser dieser spirit einfach nicht diese intensive aromatische note die jetzt beispielsweise eben ein schottischer whisky hat sondern es geht eben tschuldigung eben diese süßfruchtige obstler richtung nur halt eben aus getreide der horst lüning der sagt dazu immer ganz gern gerstler und ehrlicherweise bin ich mit allem d'accord was was er so sagt aber immer whiskypapst aber an der stelle hat er durchaus recht und das war auch lange zeit der grund und ist auch für mich nach wie vor noch der grund warum ich mir mit deutschem whisky ganz häufig schwer tue wenn er eben aus diesen obstler destillationsanlagen kommt so kommen noch mal eine letzte chance ja also mit viel gutem willen kommt jetzt tatsächlich so ein bisschen eine kirschnote durch die kann vom lemberger kommen du hast die vanille getreidige süße quietschende getreidige süße der lafreug ist bestenfalls mit ein bisschen mineralisch mineralischen anflug irgendwie zu haben rauch nicht wirklich und das ganze ist irgendwann sehr spritig unreif und hinten raus vergleichsweise bitter kommen wir zum fazit also ich will das ding jetzt nicht noch weiter schlecht reden ich finde das gehört sich nicht weil ich bin mir ganz sicher da stecken menschen dahinter dieses ganze mit ja mit viel engagement die das ganze mit viel leidenschaft die das ganze mit viel blut schweiß und tränen betreiben aber mein geschmack ist es nicht 39 euro für einen halben liter okay das ist jetzt schon ja das ist schon recht saftig aber den spaß war es mir jetzt einfach wert das ding kommt jetzt zu und bei der nächsten grill party im sommer beim nächsten metal camp beim nächsten zusammen sitzen auf der auf der terrasse da kommt die pulle auf den tisch und wer dann eben irgendwie cola ginger ale ice was auch immer rein machen will fair enough soll das tun sorry liebes festler müde team das ist nur eine falls ihr zuschaut das ist nur eine einzelmeinung weiter machen nicht aufgeben ständig verbessern weiter 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 weiter